Sich den zu bearbeitenden Themen eines Klienten zielsicher anzunähern, um diese anschließend gemeinsam zu bearbeiten, gehört zu den zentralen Schritten in allen Coaching-Prozessen. Bei beiden Schritten ist die Personality Toolbox ein wertvoller Begleiter und der verbindende rote Faden, der sich durch den gesamten Coaching-Prozess zieht. Die Personality Toolbox besteht aus sechs Kartensets sowie einem Handbuch mit einer Anleitung und Beispielen zu deren praktischem Einsatz. Je 16 Karten bilden die Kategorien Denken, Fühlen, Körper, Seele, Arbeit, Privat, Finanzen und Werte. Auf der Vorderseite steht jeweils ein Begriff, dessen genauere Beschreibung befindet sich auf der Rückseite. Hier nun ein Beispiel für die Anwendung der Karten im Coaching. Coach und Klient wählen gemeinsam eine Kartenkategorie, die bearbeitet werden soll. Der Klient zieht sich nun nacheinander Rückseite und Vorderseite jeder einzelnen Karte der gewählten Kategorie an. Auf der Vorderseite trägt er in das mittlere Feld einen Wert zwischen minus 10 und plus 10 ein, der nach seiner persönlichen Einschätzung seiner aktuellen Situation entspricht. Dabei steht minus 10 für trifft gar nicht zu und plus 10 für trifft voll zu. Die ausgefüllten Karten werden an einer vorbereiteten Skalierungslinie angeordnet, in der die Kartenkategorie die Null markiert. Anhand des ausgelegten Musters erfolgt eine erste Reflexion der bearbeiteten Karten. Im nächsten Schritt trägt der Klient auf jeder Karte einen Wert ein, den er sich für die Zukunft wünscht. Die Karten mit einer Abweichung zwischen Gegenwart und Zukunft werden anschließend genauer betrachtet und mithilfe weiterer Interventionstechniken bearbeitet. Danach können die linken Felder der Karten um Vergangenheitswerte ergänzt werden, um die bisherige Entwicklung des Klienten zu visualisieren. Die Personality Toolbox ist ein interaktiver Eisbrecher mit hoher Akzeptanz, die den Klienten spielerisch ins Tun bringt.